Sie sehen Backstage. Einen Blick hinter die Kulissen von Radio 1. In Berlin und Potsdam auf 95,8. Radio 1. Der schöne Morgen. Leben live mit... Robert Schabine und Volker Wiebrecht. Hey, 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 hey. Es ist hier Robiku. Es ist Freitag im Jahr 1989, ne Martina? Ja. Billige Witze, abgehalterte Mitarbeiter, Musik, die ausrangiert ist. Schönen Morgen, schönen Morgen. Schön, dass es Radiostationen gibt, die es verstehen, einem das Leben zu versüßen. Radio 1 seit 1997 on Air gehört genau zu diesen. Es gibt keine andere Radiostation in Berlin und Brandenburg, die so einen unvergesslichen Namen hat, den man beispielsweise immer wieder mit B1 verwechseln kann. Also man muss sich konzentrieren können, um das Programm in Gänze, in seiner Tiefe zu durchdringen und wird aber gleichzeitig damit mit tiefen und subtilen Details belohnt, die man sonst nirgendwo bekommen kann, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Als Gemeinschaftsprojekt von ORB und SFB bietet Radio 1 dem Hörer ein umfangreiches Serviceprogramm mit musikalischen Schwerpunkten, die im Rock- und Pop-Bereich liegen. Wir verbrachten einen Tag bei Radio 1 und wollten unter anderem wissen, was Radio 1 von anderen Hörfunkstationen unterscheidet. Dazu Helmut Lehner, Chef von Radio 1. Also wir wollen schon Informationen bringen, aber auf eine sehr unterhaltende Art und Weise. Und wir wollen uns im musikalischen Bereich profilieren. Das heißt, wer bei uns Radio hört, der hört mehr Titel als die üblichen 600 in hoher Rotation, wie bei den privaten. Ich denke, Radio 1 gönnt sich noch solche Geschichten wie eben diese Sendung, die ich moderiere namens der Tag. Das heißt, wir machen Interviews, die nicht 1,30 sind oder Interviews, die irgendwelchen Leuten gefallen müssen, außer den Hörern natürlich. Das heißt, es gibt noch so etwas wie einen kritischen Journalismus hier. Es gibt auch eine Musik immer noch, die sich sehr stark unterscheidet, zum Teil jedenfalls von dem, was im bekannten Mainstream geboten wird. Das sind sicherlich die wichtigen Unterschiede, wie Radio 1 zu dem, was im Berlin-Brandenburger Markt so los ist, zu bieten hat. Nicht allzu viel Veränderung ist meistens innerhalb einer Woche bei den Longplayern zu verzeichnen, aber in dieser Woche zwei furiose Neueinstiege. Wir werden gleich hören, welche. Regelmäßige Veranstaltungstipps, ein Filmmagazin sowie Theater- und Buchkritiken bieten dem Hörer eine Orientierung durch den Berliner Veranstaltungsdschungel. Zu den Highlights bei Radio 1 zählen auch die Musik-Specials mit Moderatoren wie Peter Razzun, Anja Kaspari oder John Peel, um nur einige zu nennen. Was will Radio 1 außer Musik und Nachrichten noch vermitteln? Dazu Robert Skupin, Moderator bei Radio 1. Ich glaube, letztendlich, das versuchen aber die meisten Radiosender, da ist Radio 1 keine Ausnahme, ist ein bestimmtes Lebensgefühl auch. Und über das Lebensgefühl wird meiner Ansicht nach sowieso wesentlich mehr vermittelt. Das heißt, es ist ja nicht damit getan, letztendlich den Leuten nur zu sagen, was und das ist in der Welt passiert, sondern es geht ja auch darum, die Sachen ein bisschen einzuordnen. Das macht man zum einen natürlich durch Selektion der Nachrichten, über was berichtet man tatsächlich, aber zum anderen eben auch, wie geht man persönlich damit um oder wie geht man irgendwie als Moderatorin, du oder auch als Einzelmoderator damit um. Also welche Geschichten fallen einem diesbezüglich ein, wie geht man mit den Hörern um, also kann man letztendlich eine Community auch aufbauen, zusammen mit den Hörern. Und man sagt irgendwie, also man versteht sich auf einer bestimmten Ebene, über die Musik, über die Art und Weise der Witze, über die Art und Weise der Inhalte. Also für mich selber ist es in der Tat Radio 1, das heißt, es ist mein Lieblingssender, weil er entgegen den anderen Mitbewerbern ein wirklich breites Musikangebot hat. Und insofern fühle ich mich da sehr wohl. Also ich selber bin noch ein Springer zwischen Fritz und Radio 1 und bei Radio 1 ist auf jeden Fall erst mal das Musikangebot bedeutend vielseitiger und damit für mich auch anhörbar. Bei manchen Sondern kann man es ja wirklich kaum noch hören, es sind wirklich nur noch Charts. Beziehungsweise, was mir fürchterlich auf die Nerven geht, ist immer die Selbstbeweihrerung. Wir sind die Schnellsten, wir sind die Besten, wir haben die beste Musik und die schnellste Musik. Und was ja alle ansonsten gemein haben, ist, dass wir die meiste Werbung haben. Im Tagesprogramm von Radio 1 erfährt man das Wichtigste vom Tag. Es wird die CD der Woche vorgestellt, das Ganze abgerundet mit einem Musikprogramm ohne Fließbandklänge. In Magazinen wie Radio 1.de oder der Radio 1 Internet Radio Show widmet sich der Sender den neuen Medien. Welchen Stellenwert wird das herkömmliche Radioprogramm gegenüber den neuen Medien in der Zukunft einnehmen? Peter Razzun, Musikchef bei Radio 1. Also rein von den Daten her hat es einen genauso hohen Stellenwert wie immer. Radio ist das meistgenutzte Medium schlechthin. Also wir haben gerade hier in den neuen Ländern absolute Rekordeinschaltquoten, was Radio angeht. In Brandenburg hören, ich glaube, 87 Prozent aller Menschen täglich Radio. Viele Stunden lang täglich Radio, mit irgendwie dreieinhalb Stunden Verweildauer täglich. In den alten Ländern ist es ein bisschen weniger. Also da ist natürlich die Wirkung messbar erstmal nach wie vor da. Ich möchte dem Gebührenzahler mitteilen, wenn er denn jetzt am Fernsehgerät sitzt, dass ich jedem einzelnen Gebührenzahler danke, dass er bei uns bereits als Hörer da ist. Und wenn uns jemand über diesen Beitrag entdecken sollte, sollte er so mutig sein, uns zu hören. Weil das Angebot, was wir machen, ist nicht nur einmalig, sondern es ist wirklich richtig sehr viel besser als viele Angebote, die es auf diesem Markt gibt. Also wenn ich irgendetwas hasse, dann ab Moderation, weil ich finde immer den Anfang von etwas besser. Deshalb freue ich mich insbesondere, dass es gleich wieder anfängt, auch wenn ich es jetzt schade finde, dass jetzt dieser Teil des Radio 1 Beitrags erstmal aufgehört hat. Aber gleich geht es ja dann weiter. Bis dann dann.